Herzlich Willkommen zu einem neues Video. Bei mir ist das schon mal voll. Wir sollen jetzt einen Toaster machen und ich werde heute ein bisschen wissen, warum ich YouTube angefangen habe und noch was anderes. Ja, ja. Also Leute, warum habe ich mit YouTube angefangen? Das kann ich euch jetzt sagen. Ich wollte mit YouTube anfangen, weil... Ich schon geplant habe, wie ich meine Videos inhalte. Dieser Name habe ich gedacht, dass er selbst erfunden ist. War er auch. Denn mein Name ist der Schnauf Wolf. Mein Name gibt es noch gar nicht. Einfach, wenn ihr mich sucht, dann sieht sie mich auch nicht. Ich muss es auch ehrlich sagen, es ist wirklich so... Das ist mein perfekter Toaster. Also wir spielen auch gleich Skywars. So. Perfekter Toast. Und ja, ich gehe drauf. Und wir sehen uns gleich wieder bei der Skywars-Runde. Und dann kläre ich, weil ich meinen Kanal gemacht habe. Ähm, was ich eigentlich in der Freizeit mache oder so. Äh, ja. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Yeah! Also es ist gerade... Warte. Also es ist gerade 21.31 Uhr. Äh, mein Bildschirm... Ich habe einen neuen bekommen. Nicht gekauft von meiner Schwester Deike. Also danke... Äh, nein, nein, nicht... Nein, ihr... Ich habe nicht... Das... Den Namen... Der... Der... Der Name stimmt nicht. Wie ich gerade gesagt habe, das ist einfach... So ein Kumpel... Kumpel... Kumpel, der einen Mädchen Namen bekommen hat. Ja! Der ist Deike. Und meine Schwester hat mir einen... neuen Fernseendingen bekommen. Also... Wirklich. Aber Leute... Es stimmt wirklich. Ich habe einen vollen Namen der Ecke. Good luck. So. Okay, ich sag's euch jetzt. Warum habe ich mit YouTube angefangen? Und was soll ich eigentlich mit YouTube? Machen. Wie nur Bullshit. Ich mache ja nur Bullshit. Wo ich auch letztes Mal eben was angefackelt habe. Nee, ich habe nichts abgefackelt. Ich habe nur mein Bild schön geköpft. Behindertestes Video auf der ganzen Welt. Da habe ich auch paar View... Ohhhh... Die soll jetzt mir einfach den Dessin gestaunen. Oh, warum hat man Controller? Mein Controller hat man, weil ich... Ich... Okay, ich wollte ja erklären, warum ich mich selber gemacht habe. Ich bin auch ein bisschen krank. Und ich wollte die Videos nicht machen. Ich bin auch ein bisschen krank. Kann ich... Ich lass mir einfach mal nichts machen. Hey! Nein! Geh nicht! Ich hab Sachen. Ja, dank mir auch nicht, ist richtig nette, ist die PvP, Junge. Ja, und wenn ich da reingehe, dann wird der Bier schön schwarz. Ich wurde heute auch mal gekickt, da ich, äh, glaube ich nicht, also auf, ich habe auch, äh, einen Live-Spielen-Kanal, auf Mixer, der, der heißt, Neuenboot. Link kann ich euch nicht sein, wenn wir mal Lachen kommen, die ich nicht mehr anspreche, das ist auch okay, oder? Nee, nein, 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 ich weiß, ich bin ein bisschen schlecht, denn ich bin gerade, ja, jetzt erkläre ich, ja, meine, also Lunen77 und Arizona-Stich-Fans sind Freunde, die ich aus der Oberschule kenne. Die haben einen YouTube-Kanal bekommen, ich war so neidisch und wollte auch einen, weil mein Handy ging, es aber nicht. Dann habe ich aber versucht, auf mein Tablet, habe ich geschafft, jetzt habe ich auf mein Tablet einen Kanal gefragt, äh, woher ich, welchen, auf was ich aufnehme? Tablet, das war jetzt nicht die beste Entscheidung, ist mir aber scheiße, gell? Es ist immer so, wenn ich einen Bogen habe, bekomme ich nie Pfeile. Manchmal nur, aber wenn ich Pfeile habe, bekomme ich fast nie einen Bogen. Ist immer so. So oft bekommen, bekommen keine Videos, denn es sind, ähm, textische Probleme, die denken jetzt, oh, der ist ein richtiger Noob. Ich will aber nur was erklären und ich bin heute nicht richtig, ähm, prolich. Ja, da habe ich meinen YouTube-Kanal gegründet. Ich wollte Horrorgames, also eine Folge Bendy, die Inkmaschine habe ich gemacht. Also ich will Folge 2 auch hochbringen, das werde ich euch versprechen. Und Folge 3 kommt vielleicht 2, äh, 2 Bendy, die Inkmaschine, folgen kommen 2. Ihr könnt ja abstimmen, ob ich das machen soll, weil ich lange keine Videos mehr gemacht habe. Mir ging es auch nicht gut. Dann nehmen wir es euch ja so, verstehe ich mir, ich bin auch ein Mensch. Dann nehmen wir auch nicht nur auf. Dann nehmen wir auch so ein normales Leben. So. Ihr müsst ja so verstehen, dass ich, äh, nicht die ganze Zeit aufnehmen, sondern auch andere private Sachen mache. Also, ich hole mir auch bald Insta. Veröffentliche ich auch ein paar Sachen. Du sagst, das ist viel besser. Ich bin auch schlecht. Nein. Ich bin, ich bin, ich bin richtig, ich bin, also ich bin richtig, eigentlich, ich bin, eigentlich kill ich jeden immer. Ich habe sogar drei Teams sofort getötet. Alleine, alleine, alle waren tot, was weiß ich. Und es waren vier Teams, also ich war, ach, ich habe alle gekillt. Alle haben so Bögen oder so gebaut. Mein Team auch, aber die wurden dann getötet von eben so einem Typen. Ich weiß, ich weiß, dass ich gerade den Namen nicht. Also, ich spiele auch nicht nur auf dem Server. Also, auf Xbox spiele ich auch nicht nur. Dann auch auf dem Ding, die man halt nicht sogar auch sexuell belästigt. Ja, warte, ich hatte so einen klar Chef Skin, ich habe auch, ich kenne auch Freunde, ich einen Boom nehme ich noch, so, so, äh, Helm? Okay. aber auch irgendwie so welche Biele so eroppt sich für mich ich auch jetzt nicht verstehe warum irgendwie was zu tun ich will einfach nur jetzt machen aber auch ein ich habe auch äh, lange keine, also morgen kommt vielleicht, äh, also ein Tag, wo ich paar Videos hochlade, ähm, und vielleicht auch noch, ich wollte auch mal Facecam machen, hab aber keine Facecam, okay, die sind geflohen, und sofort, weil die Angst haben, zu verlieren, ähm, so, das team! Okay, getötet! Nein! Hä, warum wird die so dumm?! Ihr checkt das nicht, dass hier jemanden töten soll! So, getötet! Gut! Äh, richtig viel, richtig viele Millionen! Okay, Team Rot, äh, paar Rote sind da! Den schwerf ich runter! Das sind zu viele! Das sind zu viele! Wenn ich auch alle gekillt hätte, ich hätte fast, ich wäre dann fast gestorben. Ich hätte auch deswegen auch ein halbes Herz. Jetzt kommt das komplette Team, ne? Hol die Rüstung! Hol die Rüstung holen! Was ist denn da so ein schönes Kind? Der hat ein Holz-Steinschwert, wie nur wie ist der denn? Der hat ja ein Hacker-Schwert vertauscht. Das ist jetzt richtig einfach! Der hat sich Debs in den Tod gebracht. Da braucht man ja nicht alles! Hey, jetzt, der... Man muss mal auch sagen, dass ich, äh, immer Skelett auf Eggwurst... ...tötig geheben. Also, ähm... Ich raste auch hier aus und so. Also, geht auf dem Live-Stream-Mixel. Dann will ich... Guckt immer nach, ob ich ihm was hochlade. Wenn ja, dann sage ich vielleicht auch Bescheid. Wenn nicht, dann... Könnt ihr auch die ganze Zeit beim Mixel nachgucken. Ihr könnt ja, äh, vor... sagen, ob ich Bendy Ink... ...Ink... ...Ink-Maschinen live-streamen soll. Dann... Dann... Das ist einer meiner liebsten Horrorspiele der Welt. Die sind so spannend... ...bösartig und... ...und... ...ein bisschen roselig. Vielleicht live-schwimme ich das. Vielleicht. Also, sagt eure Meinung dazu. Ähm... Ob ich live-schwimmen soll? Ich will ja nur... Ich will ja nur machen... ...Nie... Hä? Ich kenn' eigentlich nicht. Ich hab' die noch nie gekannt. Das ist aber vielleicht die... ...einfach nur die Freundin von neuem Moder... ...oder neuem... ...Moder halt... ...sie mit mir hier zusammen. So... Äh... ...tum leider, dass ich jetzt in diesem... ...tastet. Ich bin halt... ...äh... ...so nicht... ...der beste YouTuber... ...wenn man jetzt echt denkt... ...oh man... ...oh man... ...ich bin den besten YouTuber... ...gucken... ...aller Zeiten... ...dann kommt so eine... ...Rotzgörer. Das will ja niemand haben. Das will... ...niemand haben. Ja ernsthaft... ...das will niemand haben. Man kann ja auch verstehen, wenn man... ...irgendwie so ein Content... ...hochlädt... ...das irgendwie... ...ich kenn' jemanden, der hat... ...10 Abonnenten... ...der komplette Kettenrüstung... ...Slimboll ist der denn? Ist der das Kettenrüstung richtig selten? Oder was? Ich frag mich auch, warum... ...kettenrüstung nicht selten... ...wie stark ist denn Ketten... ...dennimmt man in Minocraft überhaupt gar nicht! ...den töd ich auch! Oh! Team! Team! Nein! Ich hab Angst von solchen Spülern! Warte... ...ich werfe die mal etwas zu... ...oh danke! Alter, die sind voll nett! Ben, tötet ihr mich gleich auch! ...kennen wir das! ...kennen wir das jetzt! ...kennen wir zu... Ich will die nicht treffen. Ich will die nicht treffen. Der benutzt sie gerade an. Sorry! Ich kann ja auch nicht alle jeden Schlag, ne? Nein! Alles okay. Okay! Weg mit dir! Der ist weg! Nein! Nein, Lachie! Sorry! Ich hab's geschafft! Ich hab ein Stack! Ach man, ich hab kein... Ich hab richtig Angst, dass sie gleich gegen mich kämpft! Oder wenn die stirbt! Wie heißt die denn? Kann ich die gleich... Warte, warte! Ich muss stehen bleiben! Irgendwas mit Regenbogen! Also ich tue die jetzt als Freundin zufügen! Wenn ich... Also es gab's doch nie! Böse... Also Teams in andere... Also... Ich hatte mal... Das ist Regenbogen, oder? Ja, ist Regenbogen! Also... Das verwirrt mich ein bisschen... Wer wer ist! Ich will ja nicht, äh... fürs Geld gegen Paul! Es ist mir nicht das so stirbt! Hier ist ein bisschen... ...go netapfel! ...um bisschen, gar und ein Affel! ...un bisschen... Dann müssen wir... ...der in Launo raus! Anni... nicht Regenbogen nicht Regen, nicht Ich Ja Nein Nein Wer war das? Nein Nein, Regenbogen Nein, Regenbogen, Scheiße Was? Ich räche Regenbogen bald Sie als Freundin zugesiegt, also keine Pfeilung Ich habe welchen Spieler ein Gegner geholfen Jeden den ich kenne den würde sofort angreifen also ich habe die im Ok Leute, ähm also ich sage euch jetzt schon das war es mit dem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen ja ich muss jetzt aufhören ich muss jetzt schlafen also tschüss und auch schönen Tag auf die auf auf